hallo heute machen wir ein review des fortnite nerf fortnite rl oder rocket launcher oder raketenwerfer auf gut deutsch und diese raketenwerfer verschießt diese raketen das funktioniert etwa so erschießt angewinkelt etwa acht meter gerade geschossen vier meter man zieht und man kommt das fähre ich jetzt einmal vor und abgefeuert es macht viel spaß damit zu spielen weil es ebenso ein großes projektil ist erhältlichkeit den gibt es neu für 30 euro zu kaufen im moment effektivität es ist ein spaßspielzeug es ist nicht sehr effektiv aber es macht spaß kapazität einer von diesen raketen gewicht ungefähr 500 gramm kaufempfehlung wenn man spaß haben möchte dann würde ich dieses spielzeug empfehlen falls nicht würde ich es auch nicht empfehlen